und was wir eben erleben ist wie wichtig es ist eben da auch ich nenne es mal ganz vereinfacht zu übersetzen weil viele begriffe mittlerweile eben salonfähig sind zumindest mal in unserem geschlossenen kreis hier aber eben nicht für den mittelständler die mittelständlerin die halt mit anderen themen im operativen tagesgeschäft beschäftigt sind und ich glaube deswegen ist umso wichtiger dass eben viele ob jetzt über konferenzen expertinnen experten aber auch gründungszentren wie wir es sind eben dann weiter leisten einfach da als übersetzer brücken zu schlagen zwischen beiden welten